Sie sollten sich an der Linie in den Kalender im Jahr 2029 ziehen, rät der Generalinspektor der Bundeswehr Carsten Breuer, jungen Soldaten in der Führungsakademie laut BILD. In nur fünf Jahren will das deutsche Militär für einen groß angelegten Krieg bereit sein. Der Anreiz für die rasche Aufrüstung ist die Angst vor Russland. Breuer schätzt, dass Russland bis 2029 etwa 1,5 Millionen Soldaten haben wird, doppelt so viele wie zu Beginn der Invasion in der Ukraine. Angesichts der unhaltbaren Kriegsekonomie Russlands glaubt Breuer, dass 2029 die beste Chance für Russland sein wird, einen Angriff zu starten. Auch wenn das laut Breuer das Worst-Case-Szenario ist, stellte er fest, bis dahin müssen auch wir vorbereitet sein. Nach Informationen von BILD gibt es bereits einen Operationsplan Deutschland. Ein geheimnis Dokument, das den Weg zu einer robusten, widerstandsfähigen und kriegstauglichen Verteidigungsarchitektur skizziert. In einem Kommentar zu diesen Plänen stellte der Spiegel fest, dass Deutschland sich vorbereitet, innerhalb kurzer Zeit 800.000 Soldaten und Ausrüstung aus verschiedenen verbündeten Ländern zu verlegen. Wir kennen nicht alle Details der Pläne und Vorbereitungen der Bundeswehr. Aber was wir wissen, zeigt die Vorbereitungen für eine große, massive Operation. Bedenken Sie, was die Bundeswehr in fünf Jahren erwartet. Eine russische Militärmacht und eine deutsch-europäische Militärmacht. Die Welt hat den Ukraine-Konflikt, als die Sollbruchstelle Russlands betrachtet. Aber Deutschland plant für einen ganz anderen Ausgang. Seit Jahren warnt die Posaune, dass Deutschland sich den russischen militärischen Ambitionen in Nosteuropa erst dann in den Weg stellen wird, wenn Russland bereits ein Imperium aufgebaut hat. Ein Zeichen dafür ist, dass die deutsche Militärhilfe für die Ukraine im nächsten Jahr fast halbiert werden soll, wie aus dem deutschen Haushalt 2025 hervorgeht. Die Zinsen aus russischen Vermögenswerten sollen angeblich diese Ausfälle ausgleichen. Ebenso verkauft Russland Deutschland weiterhin billiges Gas, das es Deutschland ermöglicht, sein Imperium aufzubauen. Beide wissen, dass sie ihre Träume von einem Imperium nicht ohne die Unterstützung der anderen Seite verwirklichen können. Gleichzeitig sind sich diese beiden aufstrebenden Imperien der Geschichte bewusst und haben immer Angst davor, was die andere Seite tun könnte. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flury, erklärte in der Posaune vom Juli 2022, Zitat, Diese beiden Nationen arbeiten daran, sich selbst und gegenseitig zu stärken, auf Kosten Europas und der von den USA geführten Weltordnung. Beide wollen diese Ordnung niederreißen und sich selbst zu großen Imperien aufbauen. Diese Reiche werden unweigerlich aufeinander prallen. Vor diesem Hintergrund ist das doppelzüngige Verhalten Deutschlands leicht zu verstehen, Zitat Ende. Viele sind sich der militärischen Ambitionen Russlands bewusst, spotten aber über die Prognose eines deutschen militärischen Aufstiegs. Kürzlich schrieb J.D. Vance, Donald Trumps designierter Vizepräsident der Financial Times, Zitat, Das ist wahr, aber nur wenige Fragen, was Deutschland mit seinem Militär macht. Wir können nicht davon ausgehen, dass die deutsche Führung rein defensiv denkt oder dass sie Investitionen verschwendet. Weit gefehlt, Deutschlands gesamte Industrie ist auf die Kriegsführung ausgerichtet, wie der Zweite Weltkrieg gezeigt hat. Deutschland bereitet sich heimlich darauf vor, Krieg zu führen, und zwar nicht allein. Es arbeitet am Aufbau einer europäischen Militärmacht, um die Stärken der einzelnen Länder zu einem mächtigen Bollwerk zu vereinen. Im Februar 2022 kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz einen zusätzlichen Sonderfonds in der Höhe von 100 Milliarden Euro an, um die militärischen Fähigkeiten der Nation zu erhöhen. Diese Mittel sind fast vollständig vertraglich gebunden. Während die offiziellen Verteidigungsausgaben nicht so stark steigen wie von einigen gefordert, werden kreative Wege gefunden, um die Militarisierung Deutschlands sicherzustellen. Der Haushaltsausschuss zum Beispiel hat zusätzliche Projekte im Wert von 27 Milliarden Euro genehmigt, berichtete das Handelsblatt am 3. Juli. Deutschland nimmt auch strukturelle Veränderungen an seinem Militär vor und lockert die Beschränkungen für seine Rüstungsindustrie. Es stockt nicht nur die vertrauten Waffen auf, die sich auf den Schlachtfeldern der Welt bewährt haben, sondern investiert auch immer mehr in zukunftsweisende Fähigkeiten wie Cyberkrieg, künstliche Intelligenz und Drohnen. Die Geschichte Deutschlands ist nicht durch einen Verteidigungskrieg gekennzeichnet. Stattdessen, wie Vincent Churchill das ausdrückte, Vorsicht! Deutschland ist ein Land, das fruchtbar ist für militärische Überraschungen. In der Vergangenheit war es nicht das Ziel Deutschlands, beeindruckende militärische Verteidigungsanlagen zu errichten. Stattdessen ist es für militärische Überraschungen bekannt. Dutzende Millionen Menschen starben, weil Churchills Warnung nicht beachtet wurde. Heute ist es noch schlimmer. Unter unseren Staats- und Regierungschefs gibt es keinen modernen Churchill. Anstatt durch diese Ereignisse alarmiert zu sein, feuern die meisten westlichen Führer Deutschland an. Ab der Glaube, dass der deutsche Adler sich erheben wird, um ein Gleichgewicht der Macht zum russischen Bären zu sein, ist historisch gesehen töricht. Wir stehen vor dem Aufstieg zweier Reiche. An der asiatischen Allianz unter Führung Russlands, an der europäischen Allianz unter Führung Deutschlands. So sagt es die biblische Prophezeiung voraus. Die Posaune hat, wie ihre Vorgängerzeitschrift, die klar und wahr, unter Herbert W. Armstrong wiederholt, auf Passagen wie die in Hesekiel 38, Joel 2, Daniel 11, Offenbarung 9, Offenbarung 13 und 17 hingewiesen, die vom Aufstieg dieses Reiches warnen. In Offenbarung 13 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Welt sich über die militärische Stärke dieses aufstrebenden europäischen Reiches wundern wird und fragen wird, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das lesen Sie in Offenbarung 13, Vers 4. Diese Reiche werden auf der Erde großen Schaden anrichten und schließlich so zerstörerisch aufeinanderprallen, dass Jesus Christus wiederkommen muss, um dem ein Ende zu setzen. Das lesen Sie in Matthäus 24, Vers 21 bis 22. Wir wissen nicht, wann dieser Zusammenstoß stattfinden wird. 2029 oder vielleicht schon früher. Aber die Bibel gibt die Chronologie der Ereignisse an und bietet die einzige Hoffnung, der Menschheit bleibt. Diese Prophezeiungen werden in unserer kostenlosen Broschüre »Wieder was ist das Prophezei der Tier?« erläutert. Diese Broschüre finden Sie auf unserer Webseite dieposone.de Fragen und Kommentare können Sie gerne an info at dieposone.de schreiben. Sie können uns auch telefonisch in unserer deutschsprachigen Büroabteilung erreichen mit der folgenden europäischen Telefonnummer 0032 2808 8830. Anrufe aus dem Fest- oder Mobilfunknetz sind sehr preiswert. Je nach Anbieter maximal 19 Cent pro Minute. Mein Name ist Josef Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.